Herzlich willkommen zurück beim Nerd Navigator, heute zum 19. Video von TNT in 2 Minuten. Wie angekündigt beginnen wir heute mit der ersten Rasse von Dungeons & Dragons, nämlich mit den Elfen. Also, bleibt dran! Eine allgemeine Beschreibung von den Elfen kann ich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle weglassen, weil vermutlich die meisten von uns schon mal Filme wie Herr der Ringe gesehen haben, irgendwelche Fantasy-Literatur gelesen haben, vielleicht die Genera Chronicles oder Ähnliches, und dementsprechend wissen, wie Elfen aussehen. Also, das Wichtigste, was dein Charakter mal als erstes bekommt, wenn du dir ein Elf aussuchst, ist, dass du eine Plus 2 auf deinen Geschicklichkeitswert dazu bekommst. Ebenfalls sind Elfen mittelgroße Kreaturen, das heißt, sie bewegen sich zumeist um 180 Zentimeter vielleicht von der Größe, und sie haben eine Bewegungsrate von 9 Meter oder 30 Fuß. Vom Alter her bist du als Elf ungefähr im gleichen Zeitraum erwachsen wie Menschen, also so 16 bis 18 Jahre vermutlich, und du kannst bis zu 750 Jahre alt werden. Natürlich bekommst du dann auch rassenbedingte Fähigkeiten dazu. Eine, die die Elfen haben, ist zum Beispiel die Dunkelsicht. Die geht auf 18 Meter. Das bedeutet, dass du in 18 Metern dämmerigem Licht so gut sehen kannst, als wäre es helles Licht, und in Dunkelheit so gut sehen kannst, als wäre es dämmeriges Licht. Manche bösen Zungen, vielleicht Zwerge, würden behaupten, dass die Elfen wegen ihren spitzen Ohren besonders gut in der Wahrnehmung sind, dementsprechend bist du in der Fertigkeit Wahrnehmung geübt. Und da du als Elf ja einen gewissen Hintergrund zur Feenwelt hast, ist es auch schwieriger, beispielsweise dich einschlafen zu lassen durch Zauber oder andere Effekte. Daher hast du einen Vorteil gegen Effekte, die dich bezaubern sollen, und Magie kann dich nicht einschlafen lassen. Natürlich kann man sich Elfen dann auch in gewisser Weise im Chakrenfluss vielleicht vorstellen, und dementsprechend brauchst du als Elf auch nicht wirklich zu schlafen. Es reicht aus, wenn du in einer langen Rast vier Stunden meditierst, um dich wieder zu erholen. Und zu guter Letzt die Sprachen, die jeder Elf beherrscht. Natürlich kannst du die allgemeine Handelssprache beziehungsweise kommen und elfisch. Das war es auch schon wieder mit dieser ersten Folge von D&D in zwei Minuten, bei der wir die Rassen behandelt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch die Elfen wirklich kurze Zeit erklären. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir mit der nächsten Rasse, nämlich den Zwergen, weitermachen. Also, ich hoffe, bis dahin bleibt ihr möglichst gesund. Die Würfel fallen weiterhin günstig für euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Und wir sehen uns morgen wieder.